Hallo und herzlich willkommen beim ZDF-Wochenjournal. Heute leider nur eine knapp halbe Stunde, darum schnell rein in die Themen. Endlich rollt der Ball. Die WM in Südafrika ist eröffnet. Immer noch brechen die Deiche, das Hochwasser in Polen steigt weiter. Und mit skurrilen Geschenken zur wahren Liebe, eine Kido-Komödie aus Italien. Was gab es im Vorfeld nicht alles für Schreckensszenarien?